Hey Jungs, Jungs, Jungs! Wenn einer von euch jetzt seinen Crush anruft und die Liebe gesteht, kriegt ihr einen Gratis-Burger bei FoodBudder. Ja, let's go! Du musst dir die Liebe gestehen und dann schauen wir, was passiert. Mach auf laut! Hallo! Weißt du, ich muss dir was sagen. Ich hab Crush auf dich. Ehrlich jetzt? Ich mein's ernst. Ich mein's ernst, warum glaubst du mir nicht? Ja, nee, einfach. Sie glaubt mir nicht. Aber du kriegst trotzdem einen Gratis-Burger. Ja! Hier oder Burger? Danke! Lass es euch schmecken! Danke!